Hallöchen und schön, dass ihr reingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von Elsa Spiel Peridot oder Elsa informiert euch über Peridot. Ja, ich habe heute Morgen eigentlich schon einen Post gemacht über die Finalisten, der sogenannten Peridot Archetype Challenge, also der Challenge, wo man die Archetype einreichen konnte. Und was soll ich sagen, es gab eine kleine Überraschung, und zwar hat sich Peridot dazu entschieden, noch vier weitere Kategorien auszuwählen und dementsprechend drei Finalisten aus den jeweiligen Kategorien zu zeigen. Und das sind Kunst, Personal, Galaxie, also Weltraum und Essen. Das hier ist die erste Gruppe, die sogenannte Kunstgruppe, und da gibt es einen Tintenklecks Archetypen, einen Sternennacht Archetypen und einen Kunstschleuder Archetyp. Sehr nice, wobei ich mich so frage, Sternennacht, ob das nicht vielleicht dann doch lieber in diese Space Kategorie fallen würde. Aber gut, darüber lässt sich natürlich streiten. Die nächste Gruppe ist die sogenannte saisonale Gruppe der Archetypen und da gibt es einen Vampir Archetypen, einen Karneval Archetypen und einen Steinbock Archetypen. Alles sehr cool von den Farben. Alleine würde ich schon fast zu dem Karneval tendieren, aber sie sind alle richtig, richtig mega. Dann gibt es noch die Space Kategorie, also alles rund um den Weltraum. Und da gibt es Aurora Borealis als Archetypen, also die Nordlichter und die sind echt richtig mega. Dann gibt es auch noch einen Mond Archetypen und eine Sternschnuppe als Archetyp. Zu guter letzt gibt es die Gruppe der Essens Archetypen und die sind echt auch richtig ultra niedlich geworden, finde ich. Da gibt es zum einen einen Kokosnuss Archetypen, einen Zimtschnecken Archetyp und einen Gummibärchen Archetypen. Alles sehr süß und die Entscheidung ist natürlich unglaublich schwer. Ich werde euch definitiv diesen Tweet in die Kommentare packen und ihn anpinnen und ihr könnt voten, solange das Voting offen ist und ich bin echt gespannt, welche Archetypen dann letztendlich in das Spiel aufgenommen werden. In diesem Sinne danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao!